Dieses neue Auto bringt Fahrkultur. Fahrkultur heißt zuverlässige Motoren. Fahrkultur ist die Straßenlage eines Rallyemeisters. Fahrkultur ist aber auch viel Komfort und Platz für fünf. Fahrkultur, das ist der neue Opel Ascona. Ein Wagen, der vom Start weg klasse ist und sie auf Jahre hinaus behält. Der neue Opel Ascona. Fahrkultur durch reife Technik.